in diesem video wollen wir uns anschauen wie man ein firmware update auf der fritz box macht zur demonstration habe ich hier die 40 40 aber da die fritz boxen auf fritz os laufen sieht das bei allen fritz boxen im grunde gleich aus so wie fange ich an also als erstes soll ich mal meinen pc von allen anderen netzwerken trennen das heißt alle kabel ziehen zu anderen netzwerken in denen ich so sein könnte also zum beispiel habe ich eine andere fritz box noch oder sowas die sollten nicht verbunden sein man sollte auch die wlan verbindung deaktivieren empfohlen ist auch immer ein kabel zu benutzen und nicht die wlan verbindung deshalb würde ich jetzt einfach mal das kabel einmal in meinen pc stecken und einmal in die fritz box das ist jetzt die verbindung zu meinem pc jetzt hat aber die fritz box immer noch kein internet wie gebe ich der internet naja das ist eine 40 40 die hat hier hinten so eine warnanschluss ich würde einfach mal probieren hier das ist jetzt die leitung die vom internet kommt also von der box die internet macht bei mir entsprechend würde ich mal das hier hier reinstecken in den warnanschluss ich will jetzt noch nicht das netzwerk konfigurieren ich will jetzt erstmal gucken dass die internet bekommt es gibt verschiedene möglichkeiten der internet zu geben das könnte man auch über eine wlan brücke machen oder man könnte es auch über einen der lan anschlüsse machen wenn man die als ip client ins netzwerk nimmt was ich hier gleich sehe ist jetzt leuchtet das lämpchen internet wir schauen mal wie es weitergeht dazu wechsel ich jetzt auf den pc und hier oben gebe ich dann einfach fritz.box ein in einem anderen video habe ich schon mal gezeigt wie man auf die fritz box oberfläche kommt falls das jetzt nicht funktioniert das verlinke ich euch natürlich ihr habt jetzt hinten auf der fritz box das passwort stehen oder auch auf der karte liegt dabei oder ihr habt es selber festgelegt auf jeden fall logge ich mich jetzt hier ein speichert das ganze natürlich nicht und hier hat er schon mal eine ip adresse bekommen per dhcp von einem anderen internetruder hier steht ja auch schon kabel modem oder internetruder also er hat jetzt über den wahrenanschluss eine ip bekommen und sollte jetzt hoffentlich auch internet haben wenn er kein internet hat dann müsstet ihr noch mal quasi hier in den zugangsdaten einstellen wie er internet beziehen kann da das jetzt hier eine 40 40 ist aber kann ich da jetzt keine anländer kann ich da keine zugangsdaten jetzt eintragen im klassischen zähne wie man das von dsl routern kennt das ist aber kein dsl router also der kriegt von einem vorhandenen gerät seine internetverbindung so als nächstes wechsle ich dann links unter system und hier gibt es den punkt update hier sehe ich jetzt eine relativ alte fritz os version und genau deshalb sage ich einfach mal suchen wir mal ein neues fritz os er findet hier die 701 und dann würde ich mal sagen update starten wenn ihr jetzt quasi eine neue einrichtung seid könnt ihr das update machen ich bin immer so ein bisschen der fan vom werkzustand also das heißt wenn ihr die jetzt initial einrichtet ist man herangehen immer einmal einloggen indem den kurz internet geben update machen und dann wieder in den werkzustand zurücksetzen das hat den charmanten vorteil dass wenn ich jetzt was verkonfiguriert habe am anfang zum beispiel weil ich da jetzt über waren internet gegeben habe und habe da was eingestellt muss ich mir da keine sorgen drum machen oder muss das auch nicht wieder zurückstellen kann einfach hergehen werkzustand sagen und kann dann die konfiguration von vorne anfangen selbstverständlich achten wir jetzt auf die hinweise die da stehen wir lassen also die fritz box jetzt erstmal in ruhe solange die hier unter vor sich hin blinkt jetzt sind einmal alle lichter ausgegangen das bedeutet die fritz box startet sich jetzt neu und jetzt müssen wir einfach nur noch warten bis die fritz box wieder da ist und dann wird der zugang zum webinterface hier einmal neu geladen so jetzt hat sich das interface wie versprochen neu geladen alle lichter blinken das heißt die box ist hochgefahren ich gebe wieder mein passwort ein drück einmal enter natürlich nicht speichern und diagnose und wartung das überlasse ich euch ob ihr das anhakt oder nicht und dann drücke ich hier einmal auf ok jetzt würde ich noch mal kontrollieren ob das update geklappt hat das kann ich einfach wieder unter system und update machen und hier steht jetzt die 701 und jetzt würde ich doch sagen ich setze es mal in den werkzustand zurück dazu gehe ich jetzt hier auf werk sein also sicherung system sicherung werkseinstellungen und einmal werkseinstellungen laden werkseinstellungen setzen alle konfiguration zurück die er da drin hatte deshalb wenn ihr da jetzt schon was konfiguriert hat macht das natürlich keinen sinn die in den werkzustand zu setzen da ich die box aber neu habe und neu konfigurieren möchte habe ich die gerne im auslieferungszustand hat mir einfach die erfahrung gezeigt dass man da am besten mit zurecht kommt zudem ist genau das jetzt das problem wenn deshalb habe ich am anfang gesagt schaut bitte dass ihr nur mit dieser fritzbox verbunden seid hättet ihr jetzt versehentlich eine andere erwischt man kann ja einfach oben fritz.box eingeben und woher soll der pc wissen welche ihr damit meint es kann also durchaus sein dass ihr wenn ihr das falsch macht also zum beispiel im wlan noch mit einer fritzbox verbunden seid und hier mit einer fritzbox verbunden seid dass ihr wenn ihr fritz.box eingibt nicht auf dieser landet sondern auf eine andere und wenn ihr dann hingeht und macht werkseinstellungen dann löscht das alle eure einstellungen deshalb habe ich gesagt vorsichtig sein beim verbinden möglichst alle anderen verbindungen trennen und immer nur die per kabel anschließen da kann man dann am ende sicher sein auf welcher man rumturnt hoffe das video hat euch geholfen ich freue mich natürlich immer über eure kommentare Cuidem einfach 확 euch euch euch